Nein, doch, das ist die. Plunder-Outpost. Ja, da ist ein Felser, der blockiert das. Links! 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 Was? Da sind Minen, glaube ich. Links! Links! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ist das knapp! Oh Gott! Siehst du die rechts? Ich weiß nicht, ob das Outpost fester oder Minen sind, aber wir sollten da nicht durchfahren. Oh mein Gott! Ich hab das zu spät gesehen. Ohohohoho! Ohohohoho! Oh das war jetzt, ja. Ich meint, hey, dass war alles geplant. Ja. Oh Gott, das Schaukelt. Stühle vor, twins. Wie lebe ich da oben bei dem Schaukeln. Vor dem Outpost gesunken. Es geht eigentlich hier oben. Obwohl, naja, schon auf und ab. Also mit ein Scharfschützier spectacular kannst du da Albion nicht schoriieren. Das ist so wie bei Ghost Kommun الا �iv gainig crowddrag. Nur noch schlimmer. Etwas schwerer, ja. Okay, kein Schiff weit und breit, das ist sehr gut. Ich glaube hier ist auch PIVOB-Zone, also keine PIVOB-Zone. Nein, glaube ich schon. Wieso? Es gibt da glaube ich keine Unterschiede. Ja, wir sind ein Handelsschiff, das darf man nicht angreifen. Genau. Wir bringen Güter für... Menschen in Not. Kinder. Genau. Wer uns eingreift, hasst Kinder. Ja. Okay, wir sollten dann langsam... Zwar nicht direkt beim Steg, aber ich glaube das wäre eine Königsdisziplin. Das wäre schwer, ja. Okay, nehmen wir gleich wieder Kisten. Ich nehme eine, du nimmst eine. Na klar. Und gleich rein. Hallo Nemo. Warte. Was denn? Bist du schon dort? Nein, ich schwimm gerade. Was ist, wenn man die im Wasser fallen lässt? Ich will es nicht probieren. Ich will es nicht probieren. Ich dachte nicht, aber irgendwie will ich es schon. Äh, sollte man die vielleicht hier erstmal ablegen? Ah, egal. Okay. Nein, darf schon. Ablegen jetzt? Ja klar. Okay. Damit sie einmal vom Schiff weg sind. Ja. Waa, äh. Was ist? Ich bleibe lieber bei den Kisten. Okay, ja. Gute Idee. Nicht, dass sie spawnen oder irgendwas. So gut. Hol sie mal kurz. Passt doch mal auf. Wo bringst du denn ein Hei? Ist hinter mir? Nein, nein. Ah, das Schiff gehört mir. So, Kiste, Kiste, Kiste. Oder? Na, vier haben wir. Vier Kisten. Na gut, es sind dutzend tausend. Ja. Glaube ich. Ja gut, jede glaube ich dasselbe wäre, dass ja keine Special Kisten sind. Du kannst aber Musik spielen. Du bist ja ein besserer Empfang für mich. Jetzt höre ich es nicht mehr. Die Flagge von uns schaut cool aus. Ja, das ist viel besser. Kommt hier kein Schiff? Nein, kommt hier nicht. So. Letzte Kiste. Arrrr, der Filz. Da, 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 da. Werfige, woher kommt mir die Kisten? Mit viel Gold. Das ist toll. Guten Tag. Okay. Und er stellt sie ab. Nein, du ich nicht. Können wir ja gleich mitnehmen. Äh, rennst du hin? Ich bleibe bei dir dann. Ich will die, dass sie weg sind. Juhu. Juhu. Äh, hier ist ne Kiste. Wo, was? Ja, der hab mich da hergestellt. Achso, okay, danke. Gott. Wir fanden eine Kiste voller Gold. Hurra. 200, okay. Wie fährt die jetzt gebracht? 200. Okay. 159. 159. Und was hat deine gebracht? Weiß ich nicht. Ich hab's grad abgegeben. Ach, 780. Okay. Ja klar, weil die Karten ja kostenlos sind. Kann man schon eine kaufen, die mehr hat? Nein, mit Stufe 5 dann, oder? Komm wieder! Oder wie? Ja, irgendwie. Gibt's doch nur die eine. Gibt's ja nicht andere Shops, wo wir das kaufen können? Wir könnten auf ein anderes Gebiet fahren. Mhm. So, was haben wir hier? Haben wir ein anderes Gebiet? Oh Gott, ist das alles teuer. Wie viel haben wir denn schon? Wie viel Münzen? Ich hab 814. Da du immer dasselbe bekommst wahrscheinlich auch. 901. Oh, okay. Ja, ich bin Captain, ich krieg immer mehr. Oh, hier gibt's ein Holzbein. Cool. Ein Holzbein für 2003. Äh, ja. Ja. Aber es gibt solche schönen Schuhe. Aber es gibt Handschuhe. Hm. Eine Mütze für 2200. Ein Bart. Ein Fake Bart gibt's auch noch. Neue Haare. Das wären doch was, oder? Neue Haare. Neue Haare. Neue Haare? Haare, ja. Na, okay. Das ist doch nicht so meins. Ich geb mein Geld lieber sinnvoll aus. Ich geh kurz in die Bar. Hehe. Da ist die Treppe kaputt. Problem ist, wir unser, unser, naja. Äh. Ne, unser kleiner, äh, am Schiff ist leer. Unser was? Unser, äh, Alkoholschiff ist leer. Das kann nicht sein, der ist doch nie leer. Doch. Hast du's ehrlich geschafft, den leer zu saufen? Nein. Der ist leider ausgeronnen. Kein Leck. Nein, das ist immer was drehen, glaub ich. Ein bisschen. Ich glaub, der geht gar nicht leer. Ich glaub schon. Ich steck überall fest. Da war ich schon mal, oder? Da war ich schon. Okay. Was ist das hier? Hast du schon mein Kleidungsgeschäft? Ja. Hab aber nix gefunden. Ich spare auf Waffen. Was hat der? Ah, der ShopRite, okay. Ah, die singt das. Da ist ein NPC, der macht... Wie süß. Wo? Da hat die da oben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch immer... Ich glaub, jetzt wird sie nicht mehr summen. Ohja. Mh mhm mh mhm mhm. Mhm 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 mhm. Okay, wollen wir mit dem Schiff wieder... ...wieder weiter? Okay, ja. Fahren wir wieder zum Schiff zum neuen Gebiet. Hey! Ganz schön groß eigentlich. Von unten. Ja. So. Ich muss mal schauen, wie viel Akkohol noch da ist. Die wichtigen Dinge im Leben. Oh, Skype kann jetzt aktualisiert werden. Schönen Dankeschön, Windows. Ich glaub, bisschen was geht mir. Ich sag mich kurz voll. Schiff heraus! Was? Ja. Wollen wir? Ich hab aber was getrunken. Nein, das ist aber nicht so gut. Das ist ein großes Schiff. Nein, danke. Warum? Das ist ein großes? Ja, und wir sind klein. Wir können schneller ausweichen. Oh, du hast was getrunken. Ich hab... Andererseits, wir haben nichts zu verlieren eigentlich. Äh, okay. Oder verliehen wir, wenn wir sterben, das Geld. Ich... Ich weiß es nicht. Ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Warum bist denn du so... ...groß? Ich... Wo... Oh Gott. Oh Gott. Oh, das Schiff ist aber ziemlich nah jetzt. Kräft das um sie nicht dann? Ich weiß nicht. Oh ja, das kommt zu uns. Das kommt zu uns! Das kommt zu uns! Das ist die Trauermelodie. Äh, wir sollten... Wir sollten auf Gefechtsstation! Ich weiß! Ich weiß! Ähm... Los geht's! Ankerlichten! Ja, das kommt zu uns! Ja! Oh, schnell weg! Schnell weg! Naja, du machst schon was du tun musst, oder? Du weißt was du tun musst. Ja, ich warte. Vielleicht sind sie ja friedlich. Mhm. Weiß ich. Ja, die sind sehr friedlich. Fast! Hallo! Hallo! Friedlich. Sind friedlich. Die sind friedlich. Die machen nichts. Sind wir auch. Die sind an den Kanonen, aber die sind auch in Gefechtsbereitschaft. Also, okay. Wir bleiben. Hey! Die, die, die... Ah! Die halten! Wollen wir einfach das kentern jetzt? Nein. Sehr viel. Oh, es war witzig. Die waren auch alle an den Kanonen. Echt? Ja. Die waren alle bereit. Wir sind bereit zu feuern. Wenn wir feuern. Voll cool. Ja. Wir waren Freunde. Also sind sie ja auch. Wir kentern jetzt die nicht. Ja, okay. Wir entern. Ich meine hier. So! Jetzt. Ich habe leider nicht die Karte. Ich bin auf dem Ausguck. Hä? Warum? Mittagspause. Okay. Ich muss erst... Warum schaukelt das so sehr hier unten? Oh Gott. Geh mal hier unten lang. Komm mal runter. Und dann gehe ich ein bisschen hier unten. Ganz unten lang. Wenn das so stark schaukelt braucht. Oh ja. Hui. Gut. Schauen wir mal wo wir hin müssen. Ja, wir haben halt keine Karte. Wir wissen halt nicht wohin genau. Ne, wir kennen halt neuen Händler noch nicht. Fangen wir zu The Viles oder The Shore of Plenty. Ich weiß nicht. Fangen wir auf The Shore auf dem Empty. Ich weiß nicht. Fangen wir auf The Shore auf dem Empty. Du bist der Käpt'n. Passt. Fangen wir dort hin. Ich muss kurz. Send Kuti Outpost. Passt. Es ist in Norden. Ich tu Nordenpost. Ich bin wieder am Ausguck. Gut. Ich füll kurz mein Getränk nach. Oh mein Gott. Wir haben nur noch mal 8 Einheiten. Hä? Und Alkohol. Oh mein Gott. Was denn? Was denn? Schau mal runter. Was? Weißt du wie schwer es immer ist? Scheiß. Was wo bist du? Schau auf mich. Hinter dir. Wo? Was? Ja. Mann, mach das weg! Mach das weg! Ich bin mir doch nur angezogen. Das ist cool, da kann man sogar Handschuhe anziehen. Ja, weil es zu kalt ist. Ich kann auch ein Kleid. Ja, toll. Ist ja cool, ich bin doch so Funt-Lady. Sehe ich nicht gut aus, also mit dem Kleid, ich finde das passt zu mir. Wir könnten ja mal da wo jetzt die Vögel sind, wo wir geglaubt haben, das sind Mine, könnten wir ja mal hinfahren und ich schwimme mal hin und schau was passiert. Sofern es was du machst, kein Problem. Vielleicht sind wir keine Minen. Ich drückte, dass mein Körper noch ein bisschen anfassen wird. Und? Die Sonne geht auf oder unter? Sie geht unter. Ah, das andere Schiff fährt wieder. Neue Haare, ich würde verpassen. Ich würde dich gut ausschauen, natürlich. Also, ich sehe perfekt aus. M-m-m. Wie ein Mann. Haha. Wahrscheinlich nicht. Doch. Also, wenn du mich siehst, du wirst mich zwar nicht mal wieder kennen, aber na gut. Hallo. Okay. Wunderschön, oder? Äh, ja. Toll. Gut, los geht's. Und lass halt den Käpt'n. Er hat halt seine Tage. Haha. Ja, das ganze Alkohol ist auch nicht gut. Reise den Käpt'n. Käpt'n macht alles richtig. Darauf trinke ich. Haha. Los geht's. Eine Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde geht bestimmt. Los geht's. Kommen Sie. Kaufen Sie. Kaufen Sie. Kaufen Sie. Wo fahren wir hin? Ähm. Naja, zum anderen Punkt. Okay, weil wir uns drehen. Ja, ja. Ich weiß. Ich glaube wir müssen nach Norden. Moment, ich schottel's. Nach Norden. Genau. Haben wir richtig? Äh. Ich weiß nicht. Ich bin am Ausguck. Achts schon. Äh. Großes Schiff rechts. Sieht uns aber nicht. Beziehungsweise ist nicht auf Fuß. 30еруien. Ich weiß nicht. Sieht uns, wenn wir uns auf dem Rest aufpassen. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Hier ist das. Ich finde das so cool. Die Musik ist traumhaft. Ja, und ich kann nicht spielen mit einem anderen Ding. Das passt so gut dazu. Achso, ich sollte auch lenken. Das geht eigentlich noch. So, Feuergraf, wo raus? Voller Siegel. Kollisionskurs, Käpt'n! Kollisionskurs! So ist ja nichts. Er ist da vorne. Oh! Hä? Achso, ich stehe falsch. Entschuldigung. So, volle Kraft. Voller Siegel. Voller Siegel. Boah, macht das einen Lärm. Das ist, wenn du die Segel einstellst, oder wie? Das ist, wenn ich volle Kraft habe. Äh, volle Siegel halt. Und genau da, wie ein Träumen fließt. Parodys, da waren wir schonmal. Das ist realistisch, weil das Holz dehnt sich ja ein bisschen. Okay. Typ das. So, voller Siegel. Kann ein bisschen dauern, also du... Ja. Ja, ich schau dabei. Hinter uns ist zwar noch das Schiff, aber das... Vor uns sollte dann eh nichts kommen. Nö. Eine Zeit lang nichts. Na, da haben wir noch Zeit. Da ist ein gesunkenes Schiff links. Wo? Links von uns. Wo die Mühe sind. Wo die Mühe sind. Ja. Wollen wir hin? Ja. Ich sehe es nicht. Ja, dreh um. In dem Wasser. Stopp. Stopp. Stopp das Schiff. Was? Stopp das Schiff. Moment, ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach schon. Stopp. Käpt'n überboren. Käpt'n überboren. Käpt'n überboren. Schiff gestoppt. Käpt'n überboren. Käpt'n überboren. Wo bist du Käpt'n? Käpt'n. 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 Wo bist du? Käpt'n. 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 Ich sehe sie nicht. Käpt'n. Hier, hier. Hat hier jemand einen Schwimmreifen oder so? Achso, die sind noch gar nicht davon. Er findet schnell einen. Käpt'n. Sie schaffen es. Sie schaffen es. Sie schaffen es. Sie schaffen es. Ja. Oh Käpt'n. Geht sie? Moment, ich muss sie kurz untersuchen. Okay, scheint alles noch dran zu sein. Na, kurzer Bade aufs Fluch? Ein neues Kleid wurde ganz nass. Jetzt läuft's ein. Jetzt läuft's ein. Käpt'n überbaut einfach so spät. Oh Polarlichter. So, wir müssen wieder auf Kurs. Na ja, warte mal. Ich weiß jetzt nicht wo das Ding ist. Das versunkene Frack. Na egal. Komm mal warte. Ich hab's. Ja, aber es ist so schwer oder? Na, wir sind so einfach nach Südwesten drin. Da ist es? Ja. Okay, dann trägt's nach Südwesten. Ich weiß aber nicht wo genau. Ich sehe es nicht. Da wo die Möwen sind? Ja. Okay, passt. Okay, gut. Boah, Käpt'n, du hast mir einen Schreck eingejagt. Ach. Ist wie bei der Satanik. Man findet schon was, wo man sich festhalten kann. Ah ja. Sagt derjenige, der über Bord geflogen ist. Ja, aber ich hab... Ich kann schwimmen, ich hab das Seepferdchen. Okay, passt. Dann ist sehr gut. Damm, dadadadadada, tadadadadada, tadadada, tadadadadadadadada. Dadadadadada. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. So, wir sind jetzt schon da. Hey, ich sitze mal an. Vielleicht kann ich ja ganz nah noch. nicht noch passen er kann sein oder irgendwie so mehr oder weniger Segel hoch geben schwimmst du kurz rein um zu schauen ob da Haier sind nein sind keine sind nicht irgendwas ich hoffe ich sterbe hier nicht Schiffswrack ich sollte mal auftauchen wieder kurz wieder Luft holen bist du auch da oder ja ich bin auch da ich muss gezucht so dann braucht man nichts vorteil ist wenn ich fett bin ich geleichter und das ist wohl fett schwimmt dann überfläche ich weiß nicht gibt es überhaupt Luftlöcher oder stirbt man hier oh Gott da ist ein kann ich das mitnehmen da ist so ein komisches Gebiss das passt sich gut in meine Kabine hätte ich gerne als Souvenir kannst du das bitte mitnehmen ich muss kurz hoch da auch ich weiß nicht wie viel Luft man hat oh ja man merkt es wenn er keine Luft mehr hat okay dann kannst du eigentlich relativ da hast du noch ein bisschen Zeit aufzutauchen aber ich glaube hier ist nichts drin 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 aber ich glaube hier ist nichts drin